Es hat bei mir mindestens ein Tag gedauert oder sogar länger, bis ich mich für die Behandlung entschlossen habe. Die Beratung vorher war wichtig und diese Zeit hat man einfach in Deutschland nicht bei einem normalen Zahnarzt. Das ist für mich das Wichtigste, dass ich mich gut beratend fühle. Vielen Dank.